Hallo Leute, herzlich willkommen zu dem Video. Auf jeden Fall, heute packen wir den neuen Cascalo Pullover aus, den ich bekommen habe. Ja, mein Bruder, mach mal kurz auf Pause. No. Ich packe den auf jeden Fall den Cascalo Pullover gerade aus. Und danach zeige ich euch, die sehen sehr drippig aus. Und auf jeden Fall, macht mein Bruder kurz auf Pause. Genau. Und ich zeige euch den, wenn ich ihn angezogen habe. Auf jeden Fall ist er noch hier drin. Wir packen ihn erst aus. Genau. Gemeinsam Leute. Oh, der sieht richtig, richtig fresh aus. Papa. So. Auf jeden Fall, der Preis von den Cascalo Pullover war, 100 Euro hat er gekostet. Und Größe ist XL. So. Mein Bruder, mach kurz Pause. Genau. Auf jeden Fall, Leute, habe ich den Cascalo Pullover angezogen. Und meine TNs auch. Ich finde, ich habe das sehr geil kombiniert, auch mit der Adidas Hose. Du holst das hier, das Emblem. Und ja, auf jeden Fall bin ich bereit, für wie viel ist dein Outfit wert, bei Leon mitzumachen. Ja, Mann. Wie findet ihr den Pullover, Leute? Schreibt es in die Kommentare. Ich finde es einfach krass. Ich habe den Pullover ausgesucht, weil er so richtig so krass aussieht. Ich mag so den Farbverlauf. Er sieht richtig bunt aus. Und die Farben gefallen mir. Ja. Das war es mit dem Video, Leute. Abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke. Schreibt in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Und schreibt auch Verbesserungsvorschläge ins Video hinein. Und ja. Und schreibt, wie euch das Pullover gefallen hat. Und haut rein. Adios, amigos. Adios, amigos.